Ok. Jetzt hab ich aber keins mehr. Gut. Das? Hm. Da ist Natur, da ist Felden hier, rodet die Wälder, rot allen Bäumen. Oh, was machst du denn da Schönes? Das Haus tieferlegen? Ja. Tiefergelegte weise ist nämlich total klasse. Das ist total hin. Du musst noch Untergrundbeleuchtung reinmachen. Ja genau, so grünes Neonlicht. Wär doch lustig. Oh, oh, Copyright rechts und sowas. Oh, 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 keine gute Idee. Vielleicht klopft die GEMA bei dir. Moin, wir sind von der GEMA. Nein, kriegt ihr mich niemals. Haben sie ihre Rundfuggebühren schon bezahlt? Oh, ich muss gerade mit dem Hund raus. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Können sie vielleicht im nächsten Leben wiederkommen? Das ist aber nicht die GEMA. Scheißegal. Sollen alle kommen. Komm, wenn sie, wenn schon mal eine da ist, ja, wenn die GZ schon mal da ist, kann die GEMA auch gleich mitkommen. Das stimmt. Mach mal gleich auf einen Abwasch hier. Oh Mann, dieser Mineneingang stört mich tatsächlich ganz schön. Ich hab auch gerade schon mal meinen MG durchgeladen. Irgendwie müssen wir da nochmal was machen. Dein MG für die GEMA. Für die GEMA. Also nicht für die GEMA. Hallo, ich bin der Thorsten. Ich bin dein GEMA. Nein, pfff. Ich wollte sagen, dass er gerne zackt. Oh, ich auch. Ich guck mir gerade mal das Herrenhaus nochmal an. Thorsten? Ich glaube, Thorsten ist tot. Du hast ihn erschossen, Idiot. Ach so. Ja, stimmt. Da war ja was. Ich erinnere mich. Meine Mama hat immer gesagt, ich bin zu impulsiv. Recht hätte ich gehabt. Hm. Am Herrenhaus müssen wir auf jeden Fall auch noch was machen. Die obere Etage ist eingerichtet. Also ja, doch. Würde ich als eingerichtet zählen. Ganz oben hatten wir diese Aussichtsplattform noch eingebaut. Genau. Eigentlich müsste man das Herrenhaus, äh, Quatsch, das Radhaus von hinten auch noch so ein bisschen so gestalten wie vorne. Also so ein bisschen zumindest. Ah, Scheiße. Das könnte ich mal machen. So. Ja. Ja. Doch, okay. Und zack. So. Ich bin die Fackel. Ich bin die Fackel. Danke. Ach, hier müssen auch noch Treppen hin. Ach Gott. Meine Güte. Arbeit, Arbeit. Scheiße, hat nicht geklappt. Du warst mal höher. So. Mann. Ach, umbahnen. Jetzt wird's aber albern, ja. So, jetzt. Nur ein bisschen. Was kennen wir ja nicht anders von dir, Jogi. Nee, nee. Baust du etwa wieder ein Dach, oder was? Na, nee. Ich bin gerade... Das klingt gerade so. Ich bin gerade von einem runtergesprungen. Verrückter Hund. Sprengt der einfach von einem Dach, ey. Was geht denn da ab? Scheiße, jetzt hab ich meine Leitern dann zu Hause gelassen. Nein. Ich komm nicht mehr aufs Dach rauf, weil jetzt will ich oben das, äh, Rathaus mal ein bisschen anpassen. Äh, wieder zurücklatschen. Sind die Zäune inzwischen eigentlich auch in der Farbe aus dem Holz, aus dem sie gemacht sind? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Soundeffekte vom Regen irgendwie. Äh, echt nicht? Ich hatte das gerade. Ein relativ lautes, berauschendes Rauschen. Ich hab, ich hab bloße Soundeffekte vom Regen. Geil. Ja, ist doch cool. Ja, dann nervt er dich. Oh ja. Ist das Regen richtig angenehm, muss ich sagen. Aber ich hör ein Feuer im Hintergrund. Das Schmiede. Das Schmiedefeuer. Das wird davon aber auch nicht gelasht, ne? Glaub nicht. Ich mein, dann wär's ja schon längst mal aus, weil so oft wie es hier regnet. Nö, es brennt noch. Oh Mann. Das Regen. Ja, ist schön, ne? Jeder liebt Regen. Ja, ja, klar. Oh, ich bin bei Achim und ich stehe total auf Regen. Hallo Achim. Vergiss dich, Achim. Das ist aber nicht schön nett gewesen. Was ist denn das? Ist das gleich? Ne, das ist nicht gleich. Da müsste das aber aufgehen eigentlich. Oder? Okay, jetzt brauche ich hier das da so. Bin heute irgendwie zählfauld. Ich probiere mal einfach aus. Das passt aber. Irgendwann einmal runter. Was war das? Passt. Hahaha. Wer passt? Reicht nicht. Hab ich noch Erde? Ja, ich hab noch Erde. Sehr gut. Ja, toll. Und eins und zwei und drei. So. Dann haben wir das. Da noch ein bisschen was hin. Hat doch schon mal was. Ja. Da noch ein bisschen was hin. Da so ein bisschen Licht ins Häuschen reinbekommen. Wirds Licht ins Häuschen reinbekommen? Ins Häuschen. Ins Häuschen. Das ist ja schönchen. Super. Licht ist super. Oh, da sieht man was. Wo ist denn? Hab ich noch welche dabei? Ja, da hab ich noch welche. Dann probieren wir mal was aus. Nein, das kann ich nicht an Glasglocke setzen. Nein. Hey, cool. Wir haben doppelten Boden gemacht. Wir sind ja so schlau. Ja, oder? Na ja. Wir sind so klug. Geil, Luca. Mann, Mann. Ich bin beeindruckt von uns. Ja, ab und zu haben wir auch mal solche Momente. Kann man ja nicht oft sagen, aber es kommt auch mal vor. Ja, das stimmt. Es ist eine Holztür. Wunderschön. So. Es ist das Holz. Da haben wir eine Lücke reingehauen und jetzt brauche ich mal, ich kann jetzt mal gucken mit den Zäunen, weil ich jetzt gerade tatsächlich mal welche brauche. Und ehrlich gesagt hoffe ich jetzt gerade mal nicht, dass die sich farblich anpassen. Nein, ich glaube nicht, weil du machst heute Zäune aus Sticks. Achso, stimmt. Ja, ich versuche es natürlich. Gut, dass du es gerade sagst. Freut mich, dass ich dir helfen kann. Immer wieder eine Ehre, mit ihnen zu arbeiten. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Zack. Ja, na, na. Einmal das Ding kaputt machen. Boah, ist dieser Regen nervig. Meine Güte. Wo liege ich gerade? Wie mache ich das hier? Hm, warte mal. So. Man glitscht auch nicht mehr so hässlich auf den Leitern rum, habe ich so das Gefühl. Man fällt nur plötzlich runter. Was auch gut ist. Und weg damit. Ich bin unentschlossen. Das ist schade für dich. So, gucken wir mal kurz, wie es ausschaut. Dazu gehen wir wieder ins Heerenhaus und dann nochmal nach oben. Hopp, hopp, hopp. Nach ganz oben wollten wir. Kann sein, ich weiß nicht, wie du da wolltest. Nach ganz oben. Ah, dann wolltest du wahrscheinlich nach ganz oben. Wenn du das so sagst. Ja, das sieht doch noch was aus. Ja. Gefällt mir. Lassen wir so. Da bräuchte ich eigentlich. Ah, ne, 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 ne. Wenn ich das so mach. Da drauf dann. Okidoki. Sag mal, waren die Berge da oben schon immer Schnee bedeckt? Ja. Echt? Die schon. Habe ich irgendwie anders im Sinn. Nicht, dass uns die Schneelandschaft immer näher kommt. Ne, ne. Winter. Ja, genau. Hodor. Oder, 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 oder. Punkt, 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 Fragezeichen. Also, gleich mal. Die Betonung war falsch. Boah, was meinst du? Ja, saucool. Gute Idee. Ja, das finde ich echt gut. Also, auch oben hast du hier die Stützbalken, ne. Gut, die habe ich aus Stämmen gemacht. Deswegen hängt es hier auch ein Stück nach vorne noch mit raus, ne. Also, auch oben das komplette Dach ist hier mit so den Balken durchgezogen. Okay. Aber, nur mal so, ich würde die Endstücke, die hier drunter sind und da an den Ecken, auch umdrehen, dass es dir so aussieht wie da ganz oben. Hm, was, was, was? Diese Endstücke hier, die du hier hast. Also, ich mach's einfach mal. Warte. Die hier. Die würde ich irgendwie, äh, versuchen umzudrehen. Ich wollte, ich wollte das nicht so, nicht so, äh, dass es nicht so hell aussieht, ne. Ja, aber dann, so, so siehst du kaum Unterschied im Holz. Ah, gut, ne, stimmt schon auch, ja. Ja, hast recht. Ist okay, mach mal so. Setz dir mit einmal Erde dagegen. Oh, okay. Sieht aus, als wären es die roten Bäckchen. Oh, süß. Unten ist der Mund, oben das gleich sind die Augen. Das, oben, ist, äh, die Schmalzlocke, die Elvislocke. Ja, haha. Und das andere sind die roten Bäckchen. Schön, bitte. Muss ich aber sagen, gefällt mir sehr gut. Gute Idee. Ist mir gerade spontan eingefallen. Oh. Ich hoffe, du hast den Skeptik gemütet oder wer schreibt mich an? Mich schreibt keiner an. Hopp. So, einmal da rein. Ins Türschen. Oh. So, hoffentlich habe ich noch ein bisschen Eichenholz. Oh ja. So ein bisschen was haben wir da noch. Reichen 20 Treppen? Ja, wahrscheinlich. Aber egal, ich nehme mal mehr mit. Ein bisschen, ein bisschen. Aber nicht zu viel. Sonst schleppst du dich einen Treppen tot. Ja, wahrscheinlich. So, das lasse ich mal alles hier. Da habe ich auch noch. Ja, halt, Moment. Ich wollte wieder auf Fallstellen. Oh, so. Zack. Man das nicht einfach nur minimieren kann, Minecraft. Ja, das ist ein bisschen nervig, ne? Immer wieder hin und her stellen. Okay. Dann haben wir das. Das haben wir. So, ich, äh, baue jetzt mal im Herrenhaus wenigstens die Treppe noch einmal. Also, ich, äh, baue jetzt mal im Herrenhaus.